... ... ... ... ... ... ... Das war 1,50 Euro. 1,50 Euro. Da war es ganz schön. Da hat er schon wieder. Da hat er schon wieder. Und da hat er schon wieder. Verstärkung? Personelle Verstärkung angefordert. Ja, es fixiert sich halt gleich da eine ziemliche Freude bei Ihrem Bahn. Ja, das ist doch politisch! Leute, jeder, der hier stehen sein, keine Zettel geben lässt, wird für eine Ordnungswidrigkeit gelangen. Also bitte, Sie kommen mit für den Gewerksstaat. In Deutschland eigentlich Merkeland, Sophia. Bitte, bitte bleiben Sie hier, bitte kriegen Sie das mit, das ist doch wohl froh, das ist doch kein Scherz. Jetzt sieht er sich schon die Handschuhe zum Würf. Ist diese Sache nicht mehr erlaubt? Es war ja aufzugeben. Es ist nicht mehr erlaubt. Leider Junge ist ein A4. Ich habe es nicht mehr erlaubt. Ich habe es nicht mehr erlaubt. Es ist nicht mehr erlaubt. Ich habe es nicht mehr erlaubt. Ich habe es nicht mehr erlaubt. Aber warum? Warum dann schon so ein Personal? Warum die Polizei? Sie gehen nach der blauen Polizei, kommen Sie nicht mehr erlaubt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Guckt euch das an, Mia. Guckt euch das an. Ordnungsamt, Polizei, Hilfsheriffs. Ja, Nase über der Maske. Toll, super Beispiele. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Hey, helft doch den Leuten mal. Hey, helft den beiden. Die schaffen das nicht. Ja, Stasi. Dreckspack. Tag. Ja. Ja. Schaut euch das an, was hier abgeht. Jetzt haben wir es mal live. Ja. 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 Öffentlicher Raum. Das ist öffentlicher Raum. Schaut euch das an. Ja. Joi. Bobby, es tut nie weh! Hier tut ihr den Oge her noch! Tschüss, boi! Schatten! Wer gibt Schärfe? Schatten! 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 Guckt euch das an, die Feiglinge! Schiebt euch! Das ist deutsche Polizei! Ach guck, Hilfe, endlich! Ach guckt euch an. Locker 20 Mann für eine Frau. Guckt euch das an hier, guckt euch das an. Das ist live, das ist live. Das ist die ganze Zeit online. Das ist online. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Abstimmung seid ihr! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Was hat das mit Schatten zu tun? Guckt euch an da! Nicht zu glauben! Nein! Nicht zu glauben! Wie lange müssen wir uns das noch angucken? Ich würde so gerne reintreten! Hey! Unfassbar! Ich habe alles live! Ich möchte die Nummer an von denen aufnehmen! Ja! Mein Job! Das ist nicht zu glauben! Das ist ja nicht so, dass wir das Volk tun, das ist nicht groß! Die Helden der Nationen, da laufen sie. Hey, Applaus! Hey, super, super! Super! Haut ab, haut ab, haut ab, haut ab, haut ab, haut ab, haut ab! Dreckspakt. Jetzt mal Platz, hier, könnt ihr nachlesen. Ja, genau. Grundgesetz. Ja, hier noch eins. Da ist noch ein Grundgesetz. Bitteschön, läst euch das durch. Buh! 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 Hey, Buh! Hält euch! Buh! Hey! Dreckspakt. Buh! Ja, was ist das denn? Buh! Buh! Feiges Pack. Die sollten sich Schäbe in der Uniform anschauen. Wie Zeit, dass wir ihnen denn wegnehmen? Deutschland will eine Rettstaatlichkeitsorgie. Ja, 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 klar. Das haben wir. Tja. Guck dir an, die Masken. Was das bedeutet. Maske ist das neue Hakenkreuz. Ja. Ja, genau. Ja. Maske ist das neue Hakenkreuz. Merkel-Mautor. Ja. Wobei, bei manchen werden eine Maske wirklich angebracht. Ja, bei denen. Ja? Ja. Ja. Na ja. Echt, komm, wie zum alten Markt. Tja, Leute. Hätte ich nie gedacht. Aber es ist wahr. Hier live zu sehen gewesen. Ha. Schallt's nicht aus. Tja, aber wir auch. Warum machen wir... Ja. Ja, genau. Ja. Ja. Aber da sind 50 Leute. Ja, aber da können Sie nicht... Oh, aber die ganzen Leute, die hier rumziehen, die merken, ey, da sind Leute, die... Da müssen wir uns nicht... Wie viele Leute haben... Ich hab alles von Anfang an. Ich hab alles von Anfang an drauf. Stell an, schreit! Wenn du möchtest, kann ich... In der Telegram-Suche? Nein, ich bin hier live auf Facebook. Okay. Das ist also alles live von Anfang an. Wenn du möchtest... Ähm, möchtest du Kontakt oder was? Ach, ich geb dir mal eben. Halt mal eben einmal. Ich hab alles von Anfang an. Der war noch nicht da hoch. Aber du kannst abziehen. Alter. Alter. Alter Marge. Ich hab alles von Anfang an. Also, ich hab dich live gesehen. Und bei Grünen waren wirklich so eine Handvolle von Wolken mit mir, und ich bin mir vier bei Drünen gespeichert. Und das ist das Ergebnis. Das ist das Ergebnis. Aber ich bin hier gerade. Ich hab noch ein bisschen! Es geht gar nicht.